In der Q4 wird dann hauptsächlich der Stoff aus den anderen Halbjahren wiederholt. Hier geht es dann darum, die Schüler gut auf das Abitur vorzubereiten. Deshalb geht dieser Film außerdem noch auf einige andere besondere Unterrichtseinheiten des BG Mechatronik ein. Die Themen der Q4 werden von den Schülern als Präsentationen selbst erarbeitet. Hierdurch bleibt mehr Zeit, um sich mit Aufgaben zielgerichtet auf das bevorstehende Abitur vorzubereiten. Doch diese Themen sind nicht alles, was ihr in den drei Jahren an der LGS lernt. An der LGS gibt es auch einen Schweißkurs, in dem die Schüler alle gängigen Schweißverfahren kennenlernen. In der Einführungsphase bekommt ihr dann eine Einweisung in das CAD-Programm Solid Edge, mit dem ihr dann selbst Teile konstruieren könnt. In der Q2 findet zudem noch eine Projektarbeit statt. Hier setzen sich kleine Gruppen ein Projektziel, auf das sie dann in dieser Zeit hinarbeiten. Um am Ende ein fertiges Produkt und eine Projektdokumentation präsentieren zu können. Neben diesem Projekt, welches fest im Lehrplan steht, gibt es auch noch die Möglichkeit, die fünfte Abiturprüfung durch ein eigenes Projekt zu ersetzen, in dem dann die gelernten Fachkenntnisse der letzten Halbjahre angewandt werden. Wir hoffen, euch hat diese Reihe an Filmen gefallen und freuen uns, jeden interessierten Schüler an der LGS zu begrüßen.